So und damit recht herzlich willkommen zurück nach langer Zeit zu Let's Play Commanding Conquer 3 Tiberium Wars. Nachdem es so ein paar Schwierigkeiten gab es so ein bisschen drin, geht es jetzt endlich weiter. Und ja wie gesagt ich habe Bern durchgespielt. Allerdings, ich wollte die Mission halt eben vorher noch abbrechen, hatte mir trotzdem eingezählt. Ja deswegen muss ich es leider noch mal tun. Na, wer weiß wie viel versuchen. Ich muss aber auf jeden Fall sagen, der Anfang bei der Mission ist schwer, wenn du es auf deinem hast, dann ist es easy going. Ja und da habt ihr sie gehört und ja gut, was ich halt eben noch sagen wollte, wie gesagt, dass die Mission nicht perfekt läuft. Ich habe es geschafft, einmal und ich was jetzt auch noch ein zweites Mal schaffen. Mit euch als Zuschauern. Also von daher lasst euch die Spannung nicht nehmen. Die Mission hat sie wie gesagt auf jeden Fall in sich gehabt. So, da wärmer. Jungs und Mädels. Feindliche Einheiten in sich empfangen. Nachricht. Dieser Stützpunkt ist die letzte Festung der Aliens in dieser Region. Okay, weißt du Bescheid? Das ist sehr interessant. Gut, zuallererst den Kranbau. Das ist wichtig. Und ja, was würde ich da noch sagen? Was, ähm, kleiner Tipp. Es gibt hier eine Basis und da eine Basis. Und wenn man, ähm, halt wie gesagt, die Basis entdeckt, dann taucht es halt eben auf. Was wir jetzt brauchen ist, ähm, Strom und ein Technologiezentrum. Einfach damit wir uns schon mal, ähm, ein bisschen drauf vorbereiten können. Dann hätte ich ganz gerne Waffenfabrik und zwar hier oben. Wir sind hier. Warum? Das war das ja noch sehen. Ja, ja, immer mit Ruhe. So, ich hatte ja wie gesagt, äh, ich hatte eben auch schon mal, äh, noch mal eine Partie, äh, angefangen gehabt. Ich hab's mal abgebrochen, weil das ist völlig nach hinten losgegangen. Keine Ahnung. Bei dem einen hat es funktioniert und beim anderen mal nicht. Aliens im Anflug. Hol diese Biester vom Himmel. So, ein paar Panzer. Das Technologiezentrum ist ganz wichtig. Bitte mit dem Upgrade. Und dann hätte ich ganz gerne noch, die ist dir ganz wichtig. Bevor mir das Geld ausgeht, erst mal noch ein paar Stromreserven, ähm, machen. So, und ich lade uns, äh, wie gesagt, erstmal wieder, äh, Fokus auf die Basisverteidigung legen. Okay. So, hier oben hätte ich ganz gerne einen. Er hat mir jetzt auf jeden Fall schon mal unsere super Verteidigung da. Äh. Wie gesagt, der Angriff, wir haben anfangs schon ein bisschen heftig. Aber es geht dann eigentlich. Sobald, wie ich hab festgestellt, sobald man einen von den, äh, Stützbogen kaputt gemacht hat, beziehungsweise wenn der KI, äh, augenscheinlich, die, das Geld ausgeht, werden die eigentlich ganz handsam. Das ist so, meine Erfahrungen, die ich gemacht hab. So, ich hab ganz gerne, ganz davon, und dann fang ich mal ein paar Flugfelder zu wollen. Und weil die sind essentiell für meine Taktik. Na, ich hab's für mich so gemacht, ich hab, ähm, die beiden Stützpunkte, die rechts und links, obwohl ich muss ja nicht spoilern, lass euch einfach überraschen. Das ist ja, wie gesagt, man will ja auch ein bisschen die Spannung da lassen. Ganz wichtig, diese Teile hier bauen. Das ist so ein bisschen Lebensversicherung. Und dann brauche ich hier noch eine Waffenfabrik. Ja, wegen den, wegen den Jungs da. Die gehen mal auf eine Senke. Macht's kaputt, einfach. Haben sie's kaputt gemacht? Nee. Wie gesagt, die, die Jungs da, die sind eigentlich, eh, ganz ruhig zu kennen. Irgendwo weiß ich wie. Da war. Macht's doch mal kaputt, Mensch. Haben wir nur noch ein bisschen Schwerseite. So, schalten wir damit. Der warte ich jetzt erstmal noch. Hab nämlich nen Grund. Die, ich baue ich uns dann, wenn dann hier diese Riese-Ankunftswelle von der Weide kommt. Bei der anderen Seite. Das Ding eigentlich geht jetzt schon bauen. Naja, wo liegt das immer noch sein? Oh, ja, was ist das? Wir sind bereit. Ja, wir sind bereit. Verstecken Sie sich. Wenn ihr unterwegs. So. Seid, bereich euch. Machen wir das da kaputt. Okay, was jetzt natürlich ein Problem ist, ist, dass der Sammler kaputt ist. Ey, ich mach dir mal das kaputt. Sehr schön. Sehr schön, Jungs, das kommt zurück. Und da kommen die, die ich meine, die so... Naja. Die so ein bisschen negative Leidung haben. Sehr schön, hat man die Ankunftswelle schon mal überlegen. Nächstes Ziel, hier oben ne Waffenfabrik, bauen wir jetzt weiter. Unsere Basis wird angegriffen. Beziehungsweise... Äh, die Presenter sind schon fertig. Ich brauche nur einen Sammler auf jeden Fall. Weil mit einem alleine kriege ich das definitiv nicht gewuckt. Da würde ich sogar die Waffenfabrik hier erstmal stagnieren lassen. Und das Flugfeld. Feindliche Einheiten in sich. Du brauchst das schon vom Angriff, ja. Das bezweifelt ich aber ganz stark. Unsere Basis wird angegriffen. Ihr kommt dann mit dem Hoch. Ach stimmt, das ist dieses Upgrade, da will es ja auch noch nicht machen. Die geht gar nicht senken. Ihr kennt ihre Position. Einreise des Zweiten an. Unterwegs. Okay, ich würde die ganze Geschichte nochmal neu stoppen. Ist alles gerade ein bisschen schief gelaufen. Der Sammler da unten hätte nicht kaputt gehen dürfen. Sag mal, warum habe ich es dann beim letzten Mal so gut geschafft? Irgendwas habe ich beim letzten Mal glaube ich anders gemacht. Ich weiß aber nicht mal was. Das war mir erst mal das. Ich glaube, ich darf nicht über diese Stützpunkte drüber gehen. Dieser Stützpunkt ist die letzte Festung. Ja, das können wir schon. Also, ich habe es nicht befürchtet, wenn ich hier mit der Kameradropfer. Okay, dann könnte es wahrscheinlich sein, dass da auch was gezickert wird. Ich weiß es nicht. Aber kann ich mir vorstellen. So, Kran, du kommst mal her. Und dann hätte ich ganz gerne. Dich und dich. Und ja, für dich brauche ich halt das Technologiezentrum. So, Kraftwerk, ganz wichtig. Dann hätte ich ganz gerne die Waffenfabrik. Ich hoffe, dass das mal funktioniert. Ja, ja, das wissen wir alle. Das Kraftwerk da ist auch ein bisschen bescheiden gelegen. Möchte ich mal so anmerken. So, Waffenfabrik Nummer 1. Vielleicht gleich mal die Waffenfabrik Nummer 2. Und die Geschichte. Machen wir. Was auch wichtig wird, sind so ein Probitbulls noch mal Verserven zu haben. Denke ich mir mal. Ganz straff. Ähm. Und mal noch ein bisschen mehr Energie. Geschlossen. Feindliche Einheiten in sich. Einheit wird angewiesen. Pinnvoll ist einladenbereit. Bau abgeschlossen. Ähm. Ich brauche es jetzt mal. Ich brauche es jetzt mal. Ich brauche es jetzt mal. Fertig, okay. Interessant. Wir haben alles im Gerät. Ich hoffe, ich hoffe, dass wir alles im Gerät verpackt haben. Okay, jetzt wird das Kraftwerk hier gebaut. Das ist schon mal sehr gut. Ich nutze hier. Ich brauche selbst zu viele andere Ressourcen. Na, wird es was? Oha. Sehr schön. Jetzt kann ich es endlich bauen. Also, Waffenfabrik Nummer 2. Dann. Die Geschichte ganz schnell hingesetzt. Und ich setze es mal auf die 1. So, und jetzt ist es erstmal abwarten. Eine große Sprünge machen, sondern einfach abwarten. Die kommt ein Stück zurück. Einfach um repariert zu werden. Und dann bräuchte ich auch gleich mal die Kassanarbeit für die Triplot sofort. Äh, wenn sie die Grenze kommt. Ihr kommt mal bitte runter. Weil ich brauche da ein bisschen abgesehen. gegen diesen sogenannten Mastermind. So, da kommt dieses komische Schlachtschiff. Macht es kaputt. Okay, mit 4 geht es deutlich einfacher. Sehr schön. Dann hätte ich ganz gerne... Äh, gut, du kommst mal hier hoch. Dann hätte ich ganz gerne dich. Und dann habe ich Ingenieure. So, 5 Stück reichen erst noch. Ja, und euch. Müsste ich, wenn dann schon jetzt aufbauen, ne? Das war so klar. Hopp, da kommen wir ja hier oben. Die Geschichte hier deaktivieren mal. Mal von da oben kommen nicht viel Luft hinein. So. Dann dich. Dann dich. Ah, schön, die haben ihre Raygun. Upgrade. Wie sieht's aus? Feindliche Einheiten in Sicht. Unsere Basis für Anrufe. Gut, der As-Ingenieur ist bereit. Das finde ich sehr schön. Ich habe ihre Code. Jetzt kommt das scheiß Kommando. Ähm. Haltet uns den Rücken frei. Seien wir unter Anrufen. Macht's kaputt. Da kommt der Tripod, den ich überhaupt nicht leiden könne. Macht's mal kaputt. Und... Lasst ihr meine Ingenieuren ruhen. Guck mal auf meinen Orten Ingenieuren. Geht da mal bitte rein. Gibt's sehr schön. Feindliche Einheiten in sich. Okay, jetzt läuft's gerade. Ich will es mal so... Den Tag von dem Abend loben. Ist schon noch so eine Scheiß-Lüfte, äh... Zu der Scheiß-Schlachtschiff. Oh nein, haben wir schon den Samba kaputt gemacht, oder was? Ah, das ist doch hierher. Na gut, bauen wir mal noch den Sammler. So, da kommt der nächste Kaputt. Den ich mal ein-hypes. Na, komm, hierher, mein Volk. Ich hätte ich ganz gerne... Melde mich zum Dienst. Oh, da hätte ich auch ganz... Mach den mir bitte nicht kaputt. An die Arbeit. Oh nein. Ich bringe das Ding zum Abend. Ist das aber scheiße ernst? Ingenieur, Einsatz bereit. Feindliche Einheiten in sich. Unsere Basis hat angerufen. Einheit wird angeboten. Einheit wird angeboten. Ähm... Alles bereit. Einfach einsteigen. Okay, da wohnete ich den. Dann kriegst du die Mana rein, bitte. Guck, da ist doch kein Strom. Ach so. Ohne muss nix los. Feindliche Einheiten in sich. Ach, da unten ist der Sammler. Gott sei Dank. Ich hatte jetzt schon wieder Angst gehabt. Nehmen Sie ja noch. So. So. Und da sind die... Die... Die kommste Säure. Spruch. Und es ist nicht so stark befestigt. Das ist nicht überhaupt. Da kommt ein Drehbord. Mach den kaputt. Ich bringe das Ding zum Auf um. jetzt ist es kommt die ratten von da oder was es ist auch hier zum kratzen aber wenn die jahre sich eigentlich in dem feuerrad mittlerweile so ganz wichtig kraftwerk und dann die geschichte hier ist wichtig halt eben so ich habe jetzt lasst dich erst mal den dings bauen das kommt wir gerufen ok jetzt kommt diese riesen anrufswelle mit diesen schlachtschiffen das kommt dann noch alles 1 1 das ist nicht mehr normal und habe ich noch ein nein leider nicht Aber sonst irgendwas an Luftverteidigung? Nein, leider auch nicht. Ja, wunderbar. Das ist jetzt ein riesen Problem. Es sind mir sogar schon zwei. Okay, nochmal neu starten. Okay, folgendes. Ich muss das irgendwie hinkriegen, den Stützpunkt hier drüben zu infiltrieren. Das irgendwie kaputt zu kriegen. Ah, Böttchen. Dieser Stützpunkt ist die letzte... Ja, ja, kennen wir schon. So, jetzt noch mal. Also erst mal das. Ich frage mich gerade, warum haben die mich damals eigentlich nicht so kräftig angegriffen? Also, ich meine, gut, wie gesagt, ich habe es schon mal aufs Sperr hinbekommen. Ihr seht es an der Medaille. Ähm... Was habe ich damals anders gemacht als jetzt? Das ist nur meine Frage. Hmm... Das ist jetzt die Frage. Alle Fragen. Gut, was ich mal noch machen könnte, ist unten so ein MG hinsetzen. Wegen der Machstermind, wenn der von da unten kommt. So, das hat mal abgeschlossen. Gut, das Ding wird gebaut. Und dann hätte ich ganz gern die Waffenfabrik. Waffenfabrik. Wird gebaut. Das ist die Waffenfabrik. Ihr merkt es auch. So, ähm... Neue Bauoptionen. Oh, dann das zu allererst. Dann... Die Waffenfabrik wird gebaut. Dann hätte ich ganz gern noch ein bisschen Strom. Ganz wichtig. Bau abgeschlossen. Feindliche Einheiten. Und gleich so ein Türmchen. Einheit wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So hätten wir die Geschichte. Hmm... Wir haben alles im Grenz. Jetzt haben wir es angegriffen. Ach, da unten ist schon wieder. Ah... Dieser Stützpunkt da unten kann ja schon ein bisschen auf den Senkel gehen. Vorsicht mit dem Zeug. So. Ich hätte heute ganz gern noch mal so einen Schallimator hier oben sitzen. Der ist ganz wichtig. Okay, zwei Schallimator brauche ich. Dann setzt nur noch ein paar Panzer. Noch ein paar Bitbulls. Gegen wen geht's? Wir sind dann... Bitte. Gruppe 1. Und dann geht man nach hinten. Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. Der nach Hause bringt das... das Zeug. Sind bereit. Erwarten Befehle. Das Problem ist, ich kann weiter nicht doch weiter mit so einer Ahnung speichern. Weil es mir noch unbekenntlich kommt. Ich glaube, ich darf diese zweite Waffenfabrik noch nicht so früh bauen. Das ist glaube ich der Fehler, den ich mache. Weil das sind ungefähr 2000, die ich weniger habe. Ich sollte lieber auf meiner... Ja. Wird gebaut. Verteidigung ein bisschen mal konzentrieren. Und ich meine... Wir sind bereit. Bei ihm gibt es die Jüngster. Feindliches Kommando entdeckt. Wird repariert. Oh, jetzt kommt sich wieder hier. Und dann nehmen wir so einen Link. Wird unterwegs. Einheit wird anders. Einheit verliebt. Einheit verliebt. Kann ich gleich schon von vorne starten machen? Ja. Das kann ich ja mal von vorne starten machen. Ach. Gut. Aber ich würde sagen, an der Stelle... Lass uns mal als Fail-Folge durchgehen. Ähm... Ich würde mal das so machen wollen. Weil ihr kennt den Anfang ja mittlerweile. Ich würde die Basis jetzt mal so bauen, dass die... Ähm... Naja... Dass der Anfang geschafft ist. Und ich würde euch dann nochmal mit dazu holen, wenn es dann... Soweit ist. Also ich würde sagen, bis später dann. Macht's gut und... Tschüss.